so vorne muss ich jetzt mal wieder ein bisschen da hoch ja ich glitsche schön durch das ding also okay das heißt ich muss jetzt fühle mich sehr viel dunkel ein bisschen okay wir haben eine auch gleiche okay ja deswegen habe ich ein usb jetzt in der konsole selber gehabt auch mein pc dann einfach wenn ich dann über die switch aufnehme brauche ich das jetzt nicht umstecken ich war schon fast oben und bin jetzt unten oder was zu meiner leiche schön dass wir doch ich komme nicht hoch jetzt gerade ja da bin ich ja dran bis dahin komme ich auch und dann kommen wir wieder runter stehe jetzt wieder ganz unten auf einmal stehe ich wieder drin jetzt komme ich nicht raus oder was jetzt hätte ich hier zwischen zwei felden wird so kommt noch nicht mehr raus oder wo und leck mich doch ich bin übrigens inzwischen jetzt gerutscht wo kann ich automatisch speichern also in der erde in der hütte ja da muss ich dann muss ich jetzt erstmal hier raus wieder jetzt das problem gerade ich hänge hier irgendwo fest dass ich nicht mehr rauskomme ich bin hier irgendwo reingerutscht und kommen wir nicht nicht raus für wirst du raus gekommen in dieser richtung musst du springen ich bin irgendwie hier so rausgesprungen hilfe dann versuche auf diesen stein zu kommen wo ich gerade bin ne er will nicht leck mich doch kann ich zurück gehen jetzt versuche ich mal mit anlauf irgendwie irgendwie rauszusprungen jawohl ich bin raus der muss dann ganz runter rutschen und dann geht es aber jetzt ja dann speichere ich jetzt gerade das spiel eben kurz sicher sicher weil ich habe mich noch nicht gespeichert ich habe auch immer dein fleisch ja das wäre gut zu wissen und ich dachte mir nicht dass der video abkackt oder so ich dachte aus welcher automatisch oder automatisch spreche ok gut dann habe ich das weiter zwischen ich habe ein fleisch geklaut ich habe das doch eben die ganze zeit geschafft da hoch zu kommen ja genau werfen wir weiter die holzer hier runter dass ich dann dass wir die treppe fertig kriegen dass wir zumindest einen alternativ weg haben jetzt fehlen noch glaube ich ist so ja aber zumindest wenn wir hier unten mal wieder immer wieder rauskommen ein bisschen eine brauchen wir noch eine brauchen wir noch aber ich habe hier unten alles gut sonst wirft runter dann kann man so etwas ja noch ein bisschen weiter ausbauen treppe ist fertig alles gut nichts passiert jetzt aber jetzt haben wir zumindest mal eine treppe um weiter hoch zu kommen hier okay ich meine wir können jetzt natürlich sagen wir schlafen jetzt die nacht durch machen wieder das verhältnis dann müssen wir sehen und dann mache ich mich mal auf zu sein mit meiner leiche holen wir mein zeugs und dann gehen wir zu ihm und fangen an die erste waste aufzubauen oder gut dann machen wir das so dann komme ich jetzt auch dazu kann ich auf der bank können das war im zweifel aber du bist jetzt in den ja okay diesen modus machen die sind der montag neben vier eck aber kurz jedoch in die hütte so dann ist es jetzt wieder hell und dann machen wir uns wieder oder was heißt hell ich würde mit der normalen basis anfangen und dann step by step die ausbauen aber wir können auch eine große anfang klar ich würde gerade sagen wir fangen zumindest mal mit der grundlagen an mit dem grund ding an dass wir zumindest ein bisschen was haben und dann kann man es immer noch weiter ausbauen und dann gehen wir mal ein bisschen auf entdeckungstour sonst ist es vielleicht auch zu langweilig irgendwann auf dauer aber ich gehe jetzt erstmal meine leiche holen dann habe ich zumindest mein zeugs mal wieder das ist das von mir das habe ich mit einer achse zweimal kurz eben angeht ja wunderbar ich bin wieder ich so ja gut das re kann man theoretisch auch wenn man es komplett jagt einfach mitnehmen oder das stoff wunderbar stoff und knochen kann der charakter schwimmen ja nicht dass ich jetzt im see ertränke aber wir sind hier ist zum beispiel glaube ich ist das nicht hier so ein eingeborenen dorf das ist nett wenn ich mitten im see bin so nebenbei ja ja ich bin fast schon am anderen ufer und da da ist es auf einmal ein bisschen von kokoside ok 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 so dann komme ich jetzt mal rüber Scheiße, ich habe ja auch noch zwei. Schönes Idee ist, dass du an dir kleben. Hör auf rum zu schreien. Warte, wie weit ist denn die Basis weg von der Abschlussstelle? Okay, dann bin ich da. Jetzt sind wir da. WTF, was baust du da? 191 Baumbestämme. WTF? Okay, wir haben zu tun. Ja, aber das sind fast 200 Baumbestämme immer ebenso nebenbei. Okay. Ich muss mal gucken, ob ich die andere Axt noch habe, die ist einfacher. Zack. Pommfeld. Dann haben wir jetzt mal so nach und nach ein bisschen was zu tun. Dann haben wir große Gesellschaft hier. Ich bin nicht so alleine. Wir können aber auch zu uns kommen. Wir sind hier schon. Das ist gut. Das ist... Das ist hier ein Insekt? Okay. Keine Ahnung. Hab gefunden. Ja. Ich weiß jetzt nicht, warum ich die andere hatte. Bestätzt mich nicht. Hey. Geil, ne? So. Wo ist das andere? Stäppchen. Inwiefern geht's? Vorsicht. Okay. Ich denke, wir sollten den vielleicht mal irgendwann zeigen, aber jetzt nicht auf Dauerlösung, Sondern dann wirklich schon drei Weg regulär spielen. Wir brauchen noch 181 Bäume. Hier. Wir haben uns heute einen Stamm hingelegt. Da. das heißt klein die sieht eigentlich relativ groß aus und dann willst du dann die base anfangen aufzubauen das haus drauf bauen und was das ist doch eigentlich tatsächlich ein sehr idyllisches eckchen da kann ja warum ja gut das ist irgendwie klar da habe ich auch angefangen zu sehen da bin ich immer auf die idee kommen dass wir könnte auch mal zocken aber bin nämlich nie dazu gekommen ist zu holen und ich habe schon ein ich habe relativ guten sogar meiner pack zum beispiel geht ja fünf auf der allerhöchsten auflösung flüssig darauf habe ich eigentlich tatsächlich so habe ich noch hat tatsächlich gekauft ich wollte mich hat sich nur wegen gta haben bei der pc deutlich mehr möglichkeit da ist als auf der konsole ne ich weiß gar nicht warum ich mir die pläser schon gekauft habe einfach so weil ich nur die pläser schon haben wollte also bis vier haben wollte weil ich habe damals komme ich mir die formel 1 gekauft damals da wollte man mich in die medaille ich fahre online in der liga und wollten damals von der ps3 auf die ps4 gehen und deswegen habe ich mir die damals geholt den einbauen schon kommen wir uns nicht dran der liegt im wasser wieder gerade nicht irgendwie klatschen weg naja jetzt der steg ist fertig glaube ich ja perfekt sauber das macht schon wieder viel einfacher da kommen wir nicht weiter rein es wird doch langsam aber dann irgendwie nach und nach noch in den zaun drum sitzen und alles drüber dann haben wir nicht cool aber eigentlich eine coole location kleine baum hinten dabei wir können ja wie gesagt step by step ausbauen ok ich habe hier immer ein pavillon gebaut naja das wollte ich gerade machen den wollte ich auch nehmen aber da liegt auch einer am wasser zum beispiel oh moin ach moin ich Günther Brautfeld au ich liegt hier unten kann mich immer mal aufheben nett äh wo liegst du ah moment entschuldigung 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 so dankeschön jo kaput so solltest du dich überwaschen gehen du bist ja wie zu das war eine komische kombination das war eine komische kombination das war eine komische kombination das war vorkommen jetzt greift mich dieser komische type an und dann krieg ich einen baum um den kopf ach du bist vor dem baum letztendlich erschlagen worden ne ja ich wollte den typ angreifen der hat mich angegriffen und klatsch macht dich lang was ne wir sind vier wir laufen aber nur zu dritt hier rum der Kim kommt gerade ganz da hinten weg der ist das der kommt aber gerade da wenn du mal hinter dich guckst was ist du denn hier aber ab weiß ich mir aber du du hey guck mal der hat eine badehuse kann man ja Digga ah ne es keine badehuse ach ne es keine badehuse ach mal ach du warum laufst du weg ich will doch nur spielen ach du hast super wir kriegen noch mehr gesellschaften hey guck mal da kommt da ist das nicht einer von den bürsten taumpeln der wuschig klaus wuschig klaus aber mich auch bitte ich lieg auch so rum wuschig klaus wuschig klaus oder